Das Thema 4.0 betrifft natürlich viele Branchen, das heißt die Metallbearbeitung, Kunststoffkompassiertbearbeitung, aber natürlich auch die Holzbearbeitung. Die Rundum-Komplettbearbeitung der Ski-Holzkirne war das erklärte Produktionsziel von Atomic. Eine große Herausforderung um das komplette Felder Gruppeteam war natürlich auch in diesem Projekt der Platz. Wir erarbeiteten ein effizientes Raumnutzungskonzept für die optimale Einbringung der geforderten sieben neuen Format 4 Maschinen in die bestehende Atomic-Produktion. Optische Sensoren unterstützen das System bei der Vermessung der Rohlinge. Auftretende Fehler können so erkannt und bereinigt werden. Die Sensorik und die auswertende Software erkennen Formfehler am Bauteil Rohling und prüfen die Aufspannung auf der Bearbeitungsvorrichtung. Innerhalb weniger Sekunden werden die gespannten Bauteile gefresst. Der Roboter nimmt während dieser Bearbeitungszeit neue Rohlinge auf und sorgt so für einen zeitsparenden Produktionsablauf. Je nach Skiart werden am Format 4 Bearbeitungszentrum durch Laufzeiten von unter 180 Sekunden pro Ski-Bar erreicht. Für Atomic bedeutet das eine massive Effizienzsteigerung der bis dahin bestehenden Produktionsleistung. Das ist die Feldergruppe. Das ist unser Weg zu Industrie 4.0.